Wir haben jetzt ein Experiment, wie offen es funktioniert, wir haben jetzt einen Gitarristen da, wo wir einerseits das Mikro halten müssen, wie die Gitarre, und andererseits will ich euch einfach in den Mund, wie offen es funktioniert, wie wir überwachsen, kommst du von mir? Achso, warte mal, vielleicht? Machen wir es so? Ich darf angehen wegen dem lieben Christ Gabriel, und er wird uns jetzt natürlich spielen, wir hoffen, dass es klappt so. Hallo Leute, danke, dass ihr hierhergekommen seid, wieder mit der Diktatur, wir brauchen eure beschissenen Masken nicht und Impfungen, schon gar nicht. Damit die Masken sind nicht zurück, wir haben eine Meinung, die Masken werden euch getragen, lieber Christ, das geht nicht, heute tragen wir die Masken, und wir sind nur zurück. Genau, ja. Okay. ست. Steh ab, steh ab. Steh ab, weil jetzt die Zeit ist, sie haben uns an ein Oursoien gefühlt, haben uns genommen, was uns doch getrennt wird. Sie schreiben mir vor, die war heute Morgen und du machst es Sie führe dich in das Licht und du versprichst mich, halte mich einfach dran Du lässt dir den Mund verbieten, um die Meinung auszusprechen Du lässt dir den Mund und Nasen schütteln, ich nenne es ein Verbrechen Wir gehen die Freiheit dazu, so wie ich hab, weil sie sind da, da haben wir sonst immer wahr Steh auf, steh auf für deine Freiheit Hey, steh auf, steh auf, was an der Zeit ist Doch du nimmst klein, laden einfach alles hin Und es dauert mich, weil einer nach mir ihren Chippen hilft Sie wollen nicht, dass du so fest, dass das alles zusammenbricht Sie wollen und verkaufen nicht, dass du die Wahrheit schichst Sie haben Angst vor den Mastern, wenn sie wissen, es wird anders So halten sie fest, wenn die Mast ist, so probieren einfach alles Damit es wie gewohnt weiterhin funktioniert Doch bald sind wir alle da, schon mit mir Steh auf, steh auf für die Wahrheit Ehhh, steh auf für deine Freiheit Hey, steh auf für deine Freiheit Freiheit, ich steh auf, ich steh auf, weil uns die Zeit ist. Sie haben uns an der Nase umgeführt, haben uns weggenommen, was uns doch geführt. Unsere Freiheit. Jawohl, bitte einen großen Applaus für unseren Gensgadenregel. Bevor wir uns in eure Mitte weg, und ich darf euch jetzt noch die Milen und jetzt selber singen, das kommt nicht in Ordnung.